Musik Hallo Freunde, Apple 16 ist hier am Start. Heute kommt ein Vlog Freunde, ja endlich mal wieder ein Vlog, ich glaube das ist der vierte Zummer zummerum juckt aber im Endeffekt niemanden Heute gehe ich mit meiner Betreuerin und Popeye, Popeye ist ein ganz süßer Hund, ihr werdet ihn auch sehen, wer Hundeliebhaber ist, wird dieses Video oder diesem Vlog hundertprozentig gefallen, weil wir sehen so eine Hundewiese in Bergkab, ich weiß nicht wo ihr alle herkommt, ich weiß nicht was sie jetzt genau meint, welche Hundewiese, aber wir gehen auf jeden Fall dahin und ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich auch auf jeden Fall, dass ich euch mitnehme und ja wir sehen uns dann gleich, dass ihr, dann könnt ihr gleich, ja Freunde, wir sind im Bergkamm Hundewiese, der Popeye, der grabt da gerade, vielleicht schafft er das, eine Maus oder eine Mäusefamilie, wir wollten eigentlich noch weitergehen, also den Sonnenuntergang uns ansehen und sie hat mir noch erklärt, dass da so ein ganz großer Berg noch da ist oder wie, wie war das nochmal? Oder ein Hügel? Ja, so ein ganzer Hügel. Ja, wir werden auf jeden Fall das schaffen, wir werden auf jeden Fall den Sonnenuntergang sehen und so weiter, ist echt lustig, was er da macht, ey. Das ist dieser süße Hund, der Popeye. Guck mal. Mann, Popeye, was machst du denn da? Ja, ja, Freunde, dann sehen wir uns auf den Hügel, ja, dann sehen wir. Hi, Papa, na, ist klar, hi, wir sind jetzt hier in dieser komischen Plattform, also so eine Plattform ist das jetzt gerade nicht. Sie hat mir erst mal gesagt, das wäre eine Plattform, was heißt? Jetzt hau mir nicht in eine Pfanne. Sorry, Mann, sorry, Mann. Du Barstatt. Sie hat zu mir gesagt, dass hier viele Runde spazieren gehen und viele hier rumgehen und so. Ja, und ich möchte einmal mit meinem, also, was mit meinem, ich möchte einmal mit Popeye spielen und, äh. Du kannst, Marcel, kannst auch hier, dass er Sitz bleibt oder Platz und du gehst zurück, ne, das macht ja alles, ne? Ja, hier, hier, hier. Gebrote? Genau, super. Gib ihm auch kleine Stücke erst, also. Super. Kleine Stücke? Ja, aber erst, wenn er was gemacht hat, ne? Erstmal, wenn er was gemacht hat, ne? Oder dass er zum Beispiel Platz und du entfernst dich. Nein, komm, warte. Hey, Alter. Platz? Platz. Er macht noch keinen Platz. Halt? Nee, Platz. Runter, runter. Platz. Halt? Nee, Platz. Was? Runter. Runter. Platz. Popeye, Platz. 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 Und bleib. Und bleib. Bleib. Ich bin echt doof. Ach Gott. Und komm. Boah, ey, das ist so ungewohnt. Ja. Müssen wir mal üben. Ich hab das lange nicht. Ich hab das früher. So einen süßen Hund. Ich weiß nicht. Ja, hast du davon erzählt. So eine Mischung aus Jack Rössel und sonstiges. So ein ganz kleiner. Luna heißt er früher. Das war so süß. Da reinwerfen. Also. Also. Ja, bitte dann. Aber nimm was Kleines und ja. 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 Wer wird denn Wasser gehen? Ja, so weit schaffst du nicht, ne? Nein, so weit schaff ich nicht. So Freunde. Pass auf, Freunde. Jetzt gucken wir mal, ob der das überhaupt finden kann. So ein kleines Stück. Ich werfe den Mars. Such. Ja, such. Such. Er gibt auf. Das war ein echter Fisch. Ich glaube, das war nicht. Also Finn tut das. Hat ja ne gute Nase. Such. Such. Wahrscheinlich findet er das. Werf noch einen hinterher. Gleich. Popeye. Ich nehme so ein großes, ne? Okay. Ist gut. So Popeye. Hier, ein Herzenstück. Komm, das schaffst du. Such. Sonst findet's der Jack Rössel. Popeye. Such. Such, 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 such. Hier. Genau, gefunden. Ja, spitze. Ob ich das kleines Stück aufhinde? Nein. Geh doch nochmal zum Wasser. Komm. Ja, da kommt. Da kommt mit der Kamera auf mich her. Nee. Die Treppe ist leichter. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Nein, aus. Popeye, trink noch was. Aus. Ja, so ein dober Mann hat was, ne? Ich würde da ja gerne runtergehen, aber es ist vermatschig. Nicht, das ist matschig. Nee, hör auf. Komm hier. Mein letztes Video habe ich das ja auch nicht gemacht, seit er gelöscht ist. Echt doof gewesen. Ja, das ist immer noch schwierig. Du, aufgehoben ist nicht aufgehoben. Ja, kann aber nichts machen. Da waren wir nicht das letzte Mal und... Ach, das werden wir nochmal wiederholen auf jeden Fall. Ja. Ja, da hat einer Interesse. Na? Muss man dann immer aufpassen, wenn so andere Hunde in der Nähe sind und man spielt so mit Leckerchen rum, kann schnell mal zu so Zwischenfällen kommen. Wegen Futterneid und so, aber... Ich meine, die sind ja alle gut erzogen hier, aber... Ja, locker nicht. Vorbei, Sitz! Mach Platz! Wuuuuh, die ist dann Kasse. Und feiert nur noch ein Herd, den will ich aber viel später. Nee, machen wir viel später. Super! So, Freunde, das war es auch schon wieder mit meinem Vlog. Es war sehr kurz, aber es war auch sehr spannend mit Popeye und mit meiner Betreuerin. Danke schön, dass du mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht. Super, das freut mich. Ja, dann sehen wir uns halt bis zum nächsten Video. Da kommt eine Parodie, eine Songparodie wieder. Oder ein Cover. Dann könnt ihr auf meinen letzten Vlogs klicken oder hier eine letzte Parodie. Und dann hier, wenn ihr möchtet, könnt ihr mich abonnieren. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, dann sehen wir uns. Tschüss!